Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.700, 800 US-Dollar, also wenig Bewegung wie ihr seht, das hat sich echt wenig getan seit gestern. Trotzdem müssen wir uns, sag ich mal, ein bisschen aufs Wochenende vorbereiten, was könnte passieren, welche Level sind jetzt extrem entscheidend. Zählen wir möglicherweise zumindest eine kleinere Erholung nach oben, was wir gestern schon mal besprochen haben. Ansonsten, bevor wir durchstarten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 20.800 US-Dollar, wir haben immer noch so eine kleine Bullish Divergence hier im Chart, zumindest auf dem 4-Stunden-Chart, sieht man es ganz gut, habe ich hier mal eingezeichnet, tieferes Tief im Chart, höheres hoch im RSI und wir bereiten uns schon wieder fast auf noch ein tieferes Tief vor, wovon ich aber momentan noch nicht ausgehe. Also diese Bullish Divergence staut sich momentan noch ein bisschen an, ist zumindest ein kleiner Indikator dafür, dass wir zumindest am Wochenende erst einmal wieder ein bisschen steigen könnten. Gestern schon im Livestream darüber gesprochen, dass zumindest die 24.000, 25.000 US-Dollar erst einmal so ein Level wären, wo ich sagen würde, okay, hier verkleinere ich auf jeden Fall erst einmal meine Position, nehme erst einmal Profite raus, bevor wir hier dann weiter möglicherweise Downside ziehen. Wir können uns auch mal ganz kurz das Fibonacci Retracement Level dazu ziehen, von unserem höchsten Punkt zu unserer Korrektur würden wir sogar bis knapp 28.000 US-Dollar hochgehen können, wovon ich aber ehrlich gesagt nicht ausgehe. Also das wäre schon zu heftig, ich sehe jetzt erst einmal die 24.000, 25.000 US-Dollar einfach unter dem Aspekt, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons liegen hier in diesem Bereich, der Monats-Pivot S1 liegt in diesem Bereich, plus ehemaliger Support wird hier wahrscheinlich dann zu Widerstand. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich erst einmal so eine kleine Gegenbewegung in Richtung Wochenende mit einem CME Gap nach unten, bevor wir dann am Montag oder im Laufe der nächsten Woche wirklich nochmal in den Bereich der 17.000, 18.000 US-Dollar fallen könnten, um auf das große Bild mal zu sprechen bekommen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht angesprochen und zwar, wenn wir unser Fibonacci Retracement Level von unserem Corona-Crash anlegen bis zu unserem All-Time-High, ergeben sich nämlich auch noch gute Aspekte, die nicht gerade uninteressant werden sollten. Und zwar, Golden Pocket sind wir schon längst durchgebrochen, liegt bei ungefähr 27.000, 28.000 US-Dollar. Das wäre dann so die nächste Zone, die ich dann so in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall anlaufen oder mir vorstellen könnte, dass wir die in den nächsten ein, zwei Wochen erstmal anlaufen könnten. Wäre zumindest eine Möglichkeit nach unten hin, gibt sich dann halt eine Menge, Menge Support beim 0786er bei 17.700 US-Dollar, wo der Monats-S2 liegt, wo die Ineffizienz, die wir hier drüben im 10. Dezember gebildet haben, auch noch gefüllt werden würde. Also ihr seht, da kommt eine Menge, Menge Support in diesem Bereich zwischen 17.000 und 18.500 US-Dollar rein. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, meine Position werde ich jetzt momentan in der Situation nicht mehr vergrößern. Entry 20.600 US-Dollar würde ich dann erst hier unten in dieser Zone, wo dann wieder wahrscheinlich die meiste Liquidität liegt. Es gibt ja auch diese Kingfisher-Charts, die gerne rumgeschickt würden. Ergibt sich ungefähr mit dem gleichen Muster. Also hier unten liegen momentan viele, viele Orders zu fischen. Wäre eine Möglichkeit, um mögliche, viele Long-Positionen dann nochmal auszukicken, die sich dann mit einem potenziellen Move in den Bereich der 24.000, 25.000 US-Dollar bilden. Dann bringen viele Leute wieder in den Profit mit Long-Positionen, racken die dann im Laufe der nächsten Woche bis 17.000, 18.000 US-Dollar, bevor wir dann vielleicht einen neuen Anlauf starten, zumindest hier in die Region von 28.000 US-Dollar. Und dann wird sich meines Erachtens erst einmal alles entscheiden, wie das weitergeht. Ob wir jetzt wirklich einen Bärenmarkt über längere Zeit kriegen mit Konsolidierungen zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, einfach als Akkumulationsphase. Was ich mir aber auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass wir wirklich diese 17.000, 18.000 US-Dollar nochmal sehen sollten. Und dann auch nochmal so einen kleinen Wig darunter immer wieder vorbereitet sein, dass wir maximal auch nochmal auf 15.000 US-Dollar gehen könnten. Deswegen, Position wird hier unten dann ein bisschen vergrößert, mit einem Stop-Loss wahrscheinlich irgendwo bei 14k oder sowas, dass man einfach noch ein bisschen Puffer hat nach unten hin, deswegen kleiner Hebel, 2, 3x, soll ja auch eine Swing-Position werden. Und abgesehen davon sollten wir auf die 24.000, 25.000 US-Dollar kommen, dann auf jeden Fall deutliche, deutliche Profite nehmen. Ja, soviel zu Bitcoin, hat sich wie gesagt wenig getan. 4 Stunden Bullish Divergence auf jeden Fall im Auge behalten, könnte uns zumindest in den nächsten Stunden oder nächsten Tagen über das Wochenende kleineren Auftrieb geben. Ansonsten Aktienmärkte weiterhin deutlich am Fallen, ETFs etc. pp. Alles Blut rot, aber dafür hält sich Bitcoin, wir hatten es gestern schon im Livestream angesprochen, beziehungsweise Satoshi hat es angesprochen, halten wir uns relativ stabil im Gegensatz zu den Aktienmärkten, die weiter am Fallen sind. Dafür diese kleine Konsolidierungsphase mit so einem kleinen doppelten Boden, wäre jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt, zumindest, dass wir hier oben diese Zone abgreifen, ein paar Shorts rauskillen, bevor wir dann die nächste Welle nach unten hin starten könnten. So, schauen wir uns Ethereum an. Gleiches Spiel hier hat sich auch wenig getan, die Stop-Losses liegen weiterhin hier drunten. Sieht man dieser krassen Volatilität, beziehungsweise dieser krassen Volumen-Candle, die da reingekommen ist nach der Fettsitzung. Deswegen auch hier kurze Erholungsphase, zumindest mal bis maximal 1.400 US-Dollar, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bevor wir dann auch hier nochmal einen deutlichen Satz, zumindest in die Region von 930, worst case momentan 700, 800 US-Dollar, einfach aufgrund dessen. Auch hier kurzer Blick auf den Tagesschart, weil hier einfach dieses riesige Loch ist, wo wir gebildet haben, wenig Liquidität in diesem Bereich. Wir ziehen weiter nach unten, wo es die Liquidität zu fischen gibt. Deswegen 700, 800 US-Dollar. Da werden auch mal in den nächsten Spot-Positionen dann gekauft. Deswegen momentan, erst einmal Seitenlinie, was Trades vor allem bei Altcoins anbelangt, bis auf BTC ist nichts offen. Müssen wir jetzt erstmal abschauen. Wenn, dann werde ich dann vielleicht übers Wochenende sollten wir die 24, 25k antesten, dass ich dann hier nochmal ein paar Altcoins shorte. Ja, soviel dazu. Cardano, wenig Bewegung. Schauen wir uns auch die anderen Altcoins an. XRP, wenig Bewegung auch weiter hier in unserer grünen Kaufzone, auch mal in die kleineren Timerams. Können wir hier mal ganz kurz gucken. Gleiches Spiel, dass wir auch hier so eine kleine Bullish Divergence gebildet haben, die jetzt erstmal seitlich verlassen wurde. Das heißt, wir haben auch hier noch ein bisschen Potenzial nach oben hin, aber seitdem hat sich gestern wenig geändert. Bitcoin Cash war gestern unten in den Kommentaren gestanden, habe ich aber schon beantwortet. Boden stelle ich mir hier zwischen 70 und 80 US-Dollar vor. Sieht man jetzt in dem Chart wenig, weil der Chart zu kurz ist, aber im Kraken-Chart, habe ich da gestern mal nachgeguckt, wäre der nächste Support auch hier, wo dieser Monats S2 liegt. Das heißt, wir könnten auch hier noch deutlich, deutlich mehr Downside erwarten. Wir sind in einem klaren Downtrend. Auf einen 4-Stunden-Chart zumindest mal eine kleine Bullish Divergence, sieht man auch hier ganz gut. Hier ist sogar ein bisschen besser dargestellt, weil wir einfach tiefere Tiefs bilden. Höhere hoch sind im RSI. Auch hier, kurze mögliche Erholung, bis in den Bereich der 139 bis 140 US-Dollar. Auf jeden Fall möglich. 4 Stunden E-Mail-Ribbons, Monats S1-Pivot. Und maximal würde ich mal sagen, dass wir uns hier in diesem Bereich bei 150 US-Dollar dann begeben, weil wir hier eine kurze Konsolidierungsphase hatten. Heißt, hier liegt ein bisschen Liquidität, bevor wir dann möglicherweise dann so wie Bitcoin dann doch nochmal eine Welle nach unten hin starten können und da dann den möglichen Boden einleiten. Aber gut, das sind alle Spekulationen. Müssen wir wirklich aufpassen. Litecoin, gleiches Spiel. Hier haben wir schon ein bisschen eine leichtere Erholung zumindest gesehen. Auch hier kleine Bullish Divergence gehabt, die nach oben hin ausgespielt hat. Deutlich, deutlich besser, aber auch hier gleich in der ersten Liquiditätszone den WIG nicht mehr geschafft abzufüllen. Heißt, erster Widerstand ist hier reingekommen. Wir sind in einer grünen Kaufzone, deswegen auch hier Spotpositionen nachgekauft. Nächster Spotkäufe wären dann hier zwischen 22 und 30 US-Dollar. Auch das haben wir gestern schon mal im Livestream drüber gesprochen, wo mögliche neue Spotpositionen dann bei mir zumindest gekauft werden. Ansonsten guckt euch den Livestream gerne an. Link bzw. Video müsste jetzt mittlerweile online sein, wird ja immer gleich hochgeladen. Aber es gab die letzten 5-10 Minuten ein bisschen Probleme. Danke an meinen Internet-Provider. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten würde ich sagen, später um 14 Uhr, ich glaube um 14 Uhr oder 14.30 Uhr, kommt das PrimeXBT Copy Trading Video. 4-5 Wochen habe ich jetzt Copy Trading getestet. Was waren meine Fehler? Was sollte man beachten? Alles erfahrt ihr später im Video. War auf jeden Fall ein cooles Experiment. Gerne mehr davon, wenn ihr da irgendwelche Plattformen habt oder so, wo ich das mal testen soll. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten ganz kurz noch zur Newsseite. Celsius, wie der Kryptokreditgeber überhitzte. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich hoffe Leute, ihr habt da nicht irgendwie viel Geld da verloren, sage ich mal, bei Celsius oder viel investiert. Lieber echt ein bisschen verteilen. Ich habe es ja vorgestern schon im Video gesagt, lieber ein bisschen die Kohle verteilen. Nicht alles auf einen Anbieter, nur weil es da die meisten Prozente und sowas gibt. Ansonsten gibt es da zu wenig zu sagen. Ich werde euch den Artikel später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten schaut gerne schon mal bei Kryptokurio vorbei. Hier auch nochmal ein kleiner Reminder. Vertrauen von Händlern weltweit. Prime XPT. Schaut es euch später an, das Video. Ist echt gut geworden. Ist zwar, glaube ich, 15 Minuten lang geworden oder 16. Aber gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schaut da gerne vorbei. Link werde ich euch später auch noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, sonnigen Freitag. Genießt das Wetter. Geht ins Schwimmbad oder sonstiges. Glotz nicht so viel auf die Charts. Das wird wahrscheinlich eh nicht viel passieren. Deswegen von mir. Schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall später wieder zum Prime XPT-Video oder dann morgen früh zu einem täglichen Update-Video. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao. Schönes Wochenende oder schönen Start ins Wochenende. Schönen Start ins Wochenende.